Oh Gott, das hätte ich niemals die normale Variante angemacht. Ich verfluche mein Leben. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Camped Out. Ich hatte gehofft, dass das Spiel jetzt endlich zu Ende ist, aber ich glaube nicht so wirklich da dran. Deswegen starten wir jetzt einfach mal wieder in die Übersicht und schauen mal, wer bin ich denn jetzt hier? Achso, ich bin die mit diesen komischen Locken. Warum bin ich die eigentlich, wenn ich eigentlich die andere bin? Naja, da oben geht es noch hoch. Ich hatte es befürchtet. Warte mal, warte mal. Frosty. Ah, da stand aber jetzt, dass wir alle bis auf eins haben, oder? Frosty. Wie, äh, naja, zwei Zelte fehlen uns irgendwie. Frosty, the snowman. Jetzt wusste ich, dass du das jetzt anst. Jetzt ist der Harley Harley Campfire. Ich muss mich umziehen. Ich habe kurze Hose an im Winter, das ist scheiße. Oh, bei mir kann man angeln. Ich habe mal wieder nichts hier drin. Ich muss zu dir rüber. Ich mache schon mal Holz. Oh, komm, 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 komm. Ich muss die Sachen aber am besten abholen, würde ich sagen, weil das geht ja relativ schnell. Oh, jetzt lass mich doch mal da durch, Mensch. Ich werde hier so gesperrt durch dieses blöde Ding. Bring dir ein Holz mit rüber. Ich brauche Stein. Nein. Hier hast du Holz. Ja, gib hier. Na, das war aber kein Holz. Bring dir ein Stein mit rüber. Habe ich schon. Ich brauche den Hammer. Ich habe doch Steinen. Ja, aber vielleicht brauchst du es fürs Campfire oder so noch. Oh, lauf, 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 lauf. Du dumme kleine SCH, du. Äh, wo ist der Hammer? Hammer, Hammer, mach bei mir auf. Ja, ich hole den. Ich mache schon, ich mache schon. Nimm die Lampe, nimm die Lampe. Campfire ist hier, Campfire ist hier. Steine. Warum eiert die hier so komisch auf dem Untergrund rum? Ich mache schon mal Holz. Achso, hast du schon reingetan? Oder ich hole Holz. Wasser gefallen, ich sterbe. Oh, jetzt stirbt der hier auch noch, weil der keine Lust hat, mit mir zusammen zu spielen. Scheiße. Nein, jetzt komme ich da nicht rüber. Oh. Schnell die Axt, bring die Axt weg. Ja, bin ich schon bei. Angel, 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 angel. Oh, jetzt renn runter, komm. Nimm diesen scheiß Fisch mit. Rein rüber, rüber. Oder müssen wir in den Holz, 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 Holz. Wir brauchen noch Holz. Nein, hier ist die Axt, die schwimmt gerade weg. Scheiße. Ich habe aber ein Holz. Komm rüber, mit dem Holz. Pass auf, pass auf, pass auf. Oh, holst du das Blatt. Und rüber, 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 rüber. Nach oben. Das war ganz schön. Ich bin einmal da reingeglitscht. Das war glatt auf diesem Eis. Oh, wir haben ja noch, boah, wir haben ja noch weit mehr als genug Zeit gehabt hier. Und du hast vor Panik gemacht. Das müssen wir mal auf Schwer probieren. Das ist ja voll easy. Oh, Snowy Pass. Nee, da kommt man aber nicht hoch. Heißt das denn, das ist jetzt das Letzte? Nein, geh doch mal zurück. Hallo. Ja, aber als ich hier rüber, da, guck mal. Nee, da stand aber, da steht jetzt immer noch eins, haben wir nicht. Ach so, müssen wir das hier nochmal mit einem Dreier, nee. Aber das könnte sein, oder? Nee, das wäre dann eins, zwei, drei, vier. Nee, aber drüben, City of Gold haben wir auch nicht. Nicht, äh, äh, komplett. Äh. Vorne haben wir auch eins nicht mit Dings. Ja, aber müssen wir die jetzt alle nachholen, oder wie? Nein. Die haben wir doch auch hier. Ja, die hier, ja. Aber da steht nirgendwo, äh, herzlichen Glückwunsch, das Spiel kompliziert oder so. Nein, das ist ja auch noch nicht kompliziert. Da oben ist doch noch ein Level. Ja, wo? Ja, Snow, weil ein bisschen Schnee da oben. Ja, da komme ich nicht hin. Das ist ja das, was ich die ganze Zeit sage. Ich komme da nicht durch. Deswegen nehme ich an, dass wir mehr von diesen Dingern sammeln müssen. Weil so, wie man ja auch sieht, ist hier Holz davor. Da. Ja, ich denke, wir müssen noch eins machen. Nee, warte mal, was? Doch, eins brauchen wir noch. Sag der doch da. Nee, warte mal. Hä? Boah. Guten Morgen. Ach, man kann das anklicken. Nee, kann man nicht. Du bist so doof. Man kann. Ja, man konnte es ja offensichtlich nicht. Wieso hast du eigentlich immer das ganze Werkzeug? Das ist doch scheiße. Weil ich der Mann bin. Ja, hallo, ich habe viel mehr Werkzeug hier, als du überhaupt besitzt. Ja, ja. Vor allem weiter. Komplette Abstecke mal voll. Ja. Ja, lach nicht. Das ist so. Das weißt du auch selber ganz genau. Wo ist mein Zelt? Wo ist mein Zelt? Hä? Da unten? Was macht das da unten? Wollt ihr mich jetzt hier? Oh, jetzt kann ich das hier nicht aufstellen oder was? Hallo? Wo ist das Ding? Ich brauche mein Seil. Seil. Wo ist mein Seil? Was hast du mir da geklaut? Ich habe gar nichts geklaut. Ja, ich habe kein Seil. Das Seil ist so dahinter. Aua. Oh, jetzt ist Wasser gefahren. Oh, ist nicht dein Ernst. Wieso ist das Seil auf einmal weg? Hallo? Stell jetzt bloß nicht dahin, wo ich dich hinstelle. Echt. Ja, danke. Ach, Mann, ey. So. Chaos. Ich brauche Steine, 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 Steine. Wo ist der Hammer? Du bist noch nicht so weit, sonst hätte ich das bei dir noch eben gemacht. Ich komme, ich komme, ich komme. Geh weg da. In das Licht. Äh, das ist bei mir. Hallo, bleib doch mal stehen. Ach, schließe weiter hoch, Mann. Läuft die ja einfach von selber in der Gegend rum? Nimm Holz mit. Nee, Holz ist hier. Aber wo ist der Angelplatz? Nimm dieses blöde Holz. Ah! Kleine Gameplayerin wird sauer. Geh mir aus dem Weg hier. Nimm den Fisch, nimm den Fisch, nimm den Fisch. Holz brauchen wir, ne? So, schnell zum Zelt, zum Zelt, zum Zelt, zum Zelt, zum Zelt. Ich geb dir sonst mit einem Hammer eins drauf. Uh! Hei, 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 hei. Also, kleine Warnung nochmal am Rande. Niemals mit euren Partnern oder Ehepartnern spielen. Das ist keine gute Idee. Oh, noch zwei Sekunden drüber. Ja, aber guck mal, da kommen wir jetzt nicht mehr weiter da oben. Da kommen wir jetzt wirklich nicht mehr weiter. Dann war's das jetzt, in der Stelle anscheinend. Ja, hier oben sind aber jetzt auch alle Dinger, äh, waren gerade alle. Aber wieso heißt das Vergotten Tundra? Das hört sich für mich so an, als ob es da noch mehr gibt. Kann man hier irgendwo noch hin? Ich hab da gedrückt und so, aber... Gibt's irgendwie eine Map, noch eine andere Übersichts-Map? Ähm... Wenn jetzt hier ein Bär kommt, ne? Und was dich auch nicht... Mann, nimm doch einfach mal das, was direkt vor deiner Nase liegt, ey. Pass auf, da kommt was runter, weil das darfst du nicht abkriegen. Nein, jetzt hat die das da unten hingestellt. Da wollte ich überhaupt nicht hin. Wo ist der Hammer? Äh, keine Ahnung. Steine, Steine, Steine. Hammer, Hammer, Hammer. Das ist Hammer, so wie du dich bewegst mit dem Lagerfeuer, Hammer. Da, Lampe! Holz! Die weg! Oh, du hast gar nichts mitgenommen, du Trottel! Ja, du musst ja auch... Ich muss ja auch... Oh, das war falsch schon. Dann Angel auch, komm. Ja, dann lauf! Aber schneller gehen. Geht aber nicht schneller. Nichts in den blöden Fisch. Nein! Oh. Äh, Holz oben rechts, 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 da. Und schlafen, 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 schlafen. Es klingelt schon! Halbzeit! Hä? Ach, das war das Falsche. Scheiße! Boah! Ich stand so schön davor. Ich hab nicht gesehen, dass du die ganze Zeit am Schleichen war. Wegen dir haben wir jetzt keine richtigen Drei-Zelte. Ach, du Scheiße! Ach, du Scheiße! Ach, du Scheiße! Alter, ernsthaft? Ja, wir waren ziemlich schnell. Das würde ich gerne mal in schwer spielen. Das zählt aber alles nicht, wenn du das in schwer machst. Aber von hier unten sind wir doch gekommen. Das kann doch nicht... Ja, das war das Erste. Aber links ist... Aber warum kommt man da nicht hin? Das ist ja ein Erlebnispark hier. Warte mal, geh mal links rum. Nee, nee, die grünen Bäume kannst du irgendwie nicht durch, glaube ich. Das Ding haben wir auf jeden Fall gehabt hier mit der Wassermühle. Aber jetzt sind wir schon wieder oben. Ach so! Dann ist das Pro Arena zeigt dir an, wie viele man hat. Weil hier fehlt noch einer. Weißt du, was ich meine? Da warst du zu langsam. Ja, da haben wir das Zelt nicht. Sollen wir das nochmal machen? Ja, wir können das nochmal... Ich weiß gar nicht, was das war. Mit dem Wasser, wo du drüber gehen musst. Ach, wo ich weggeflogen bin? Nein, das war es nicht. Nee, nee, mit den Baumstimmen. Ich mach Steine. Ich würde ja gerne mal rüberkommen. Aber ich krieg nichts. Leute! Ich brauche eine Axt! Hier kommt schon. Hallo! Nimm das doch! Warum nehmt ihr das nicht? Nein! Ach, du sollst es loslassen, Mann! So, jetzt... Hallo! Nimm doch mal die Sachen, wo du hinguckst, an! Also das... Oh, ich brauche Steine, Steine, Steine. Ja, ich mach schon einen Stein rein. Ich mach, ich mach... Mach das da! Mach bei mir das Ding drüben! Oh, lauf, 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 lauf! Okay, jetzt in dem Stein mit. Ich nehm noch einen mit. Oder brauche ich gar nicht, was? Äh, Lagefeuer, 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 Lagefeuer. Doch, Steine brauchen wir. Wir brauchen aber noch einmal Holz, oder? Äh... Nimm die... Nimm die... Nimm den... Angel schon mal. Weiter, 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 weiter. Nimm diesen Scheißfisch, bevor er vergammelt. Holz hast du? Hier rüber, 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 rüber. Ja, das müsste locker haben. So schnell waren wir beim... Ja, gut, da wusste ich ja überhaupt nicht von gar nichts Bescheid. Du sagst mir ja nichts. Du hast mir noch nicht mehr das mit dem Umschalten in dieser Miene. Das hast du mir auch nicht gesagt. Ja, du hast gesagt, du willst das alles selber entdecken. Ja, mit dir zusammen. Aber wenn du das sowieso weißt, dann hast du einen kompletten Vorteil mir gegenüber. Also das mit dem Umschalten wusste ich auch nicht. Das habe ich nur gesehen, dass da ein Schalter war. Das habe ich nicht irgendwie im Vorfeld gewusst. Oje. Alter, wir müssen Hardcore machen. Also... Also, ich werde mal so eine Stufe höher, würde schon reichen, also diese Schedulung. So, ihr habt den Epi gehört. Wir machen das jetzt mal mit einer Stufe drüber. Achtung, da kommt der Bär. Denk dran, bei Bären musst du Fisch fangen, ne? Also wir brauchen Fische. Ja, du bist lustig, musst du Fisch fangen. Da muss einer wahrscheinlich den Fisch fangen. Oh, wieso habe ich den mal? Nein, die erste ist weg. Scheiße, die erste ist weggefahren. Ja, die kommt aber wieder. Die kommt, da ist sie. Boah, ich komme hier nicht rüber, weil die zu schnell sind. Dann willst du mich hier... Das kommt ja doch bestimmt nicht, wenn ich nicht den ganzen Wald hier wegholze, oder? So, ich brauche einen Stein gleich. Ich bringe den Stein mit rüber, ich brauche aber Holz. Oh, holz, holz, holz. Komm auch noch ein Holz. Oh, fuck, fuck, fuck. Ich auch. Oh, ich weiß nicht, was da steht. Jetzt mach das scheiß Ding weg, damit ich hier auch was machen kann. Ach, hier, die klauen doch Dachen. Ich wollte gerade sagen, da ist gerade irgendeiner bei dir rumgelaufen. Ja, ja, nicht schlimm. Es war ein Stein, den er geklaut hat. Aber ich brauche den Hammer. Ja, mach bei mir das Ding rein. Die Lampe. Na, oh. Steine, bring Steine mit. Nein. Das wäre zu schnell hier. Ja, hat der geklaut. Achso, ich bin das. Scheiße, ich bin krabbeldein. Ja, ich hab's gemerkt. Ja, aber du irgendwie da auch mit meinen. Kann das sein? Angeln, angeln, angeln nach unten, nach unten. Musst du ja nicht mehr. Okay. Mach schnell. Stell dich hin, stell dich hin, stell dich hin. Jetzt mach du scheiß Ding nach. Nein, du musst nochmal Holz reinmachen. Nein, jetzt doch, oder was? Ja, das ist doch der Hard Mode. Nicht Hard Mode. Das ist Cashen. Ey, weißt du, wie normal ist? Okay, da kommt der Bär nur bei normal. Hat's ja Glück gehabt. Mal gucken, wie viele Sekunden wir jetzt haben. Wir sind immer noch ziemlich gut. Da das ja die letzte Folge dann sein wird, weil sonst haben wir ja alles schon durch, so wie ich das sehe, würde ich sagen, quälen wir den Epi noch ein bisschen und machen das jetzt mal ausnahmsweise auf der höchsten Stufe, um mal zu sehen, wo da der Unterschied ist. Bevor der jetzt irgendwas sagen kann, gehe ich jetzt mal ganz schnell da rein. Oh Gott, ich werde so sterben. Hallo? Och, warum nimmt der immer die ganze Scheiße mit, ey? Hallo? Nimm die Scheiß-Achse, Mann! Wie oft muss ich mich hier eigentlich im Kreis drehen, bis der die Axt genommen hat? Ich komme jetzt gleich mit dem Stein zu dir. Ja, ich habe hier genug Holz. Äh, ich nehme mal ein Holz mit. Oh, komm schon, komm schon. Holz. Ah, ich brauche mehr Holz. Oh Gott. Ah ja, man braucht drei. Ach du Scheiße. Dann brauche ich wahrscheinlich auch zwei Steine gleich. Ja, ja, ich brauche zwei Steine. Doch, Mann, Mann, Mann. Komm, komm, komm. Ach, ich habe vergessen, dir ein Holz mitzunehmen. Scheiße. Ja, danke. Uuh. Oh, der klaut mir gerade die Steine. Das dreckst mich. Nein! Ach, komm, wo ist der... Da oben ist einer, da oben ist einer. Na, schnell rein. Nein, über dir. Mach den rein. Nein. Wir haben aber nicht. Nimm dein, dein, dein Feuer, das, äh, Dings. Nein! Nein! Mach, mach, mach schon mal weiter. Versuche ich gerade. Was brauchen wir? Steine, ne? Steine, Steine, ganz viele Steine. Ich, ich, hab hier auch schon mal Holz. Oh mein Gott, das hätte ich niemals die normale Variante angemacht. Äh, ich... Ich verfluche mein Leben. Ich brauch Steine, Steine, Steine. Ich komm nicht rüber. Oh. Oh, komm. Jetzt gib mir doch mal was, wo ich rüberlaufen kann, Mann. Hallo. Mann, warum nimmt der die Steine nicht auf? Das wird blöd. Oh, lauf, lauf, lauf. Holz, 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 holz. Wir müssen gleich angeln. Musst schon mal Holzacken für gleich, so. Mach den Fisch rein. Warum hast du nicht genommen? Ja, ich hab keinen. Wir brauchen noch zwei Fallen. Geh schon mal rüber. Du musst das Holz noch dran. Schnell, es ist gleich um. Oh, der Bär kommt. Oh, scheiße. Boah, war mir schnell. Keine Fresse. Aber hast du gehört, das Geräusch schon? Also der wäre jetzt gleich gekommen. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich da jetzt noch Holz reinmachen muss am Ende. Aber wir sind wahrscheinlich von der Zeit immer noch im Überleben. Oh, aber knapp, 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 knapp. Ja, weil wir jetzt mehr Zeug brauchen. Du brauchst praktisch viel von den Dingen. Also du brauchst viel mehr Zeug. Wow. Also nach dieser wirklich sehr harten Albtraum-Version für mich persönlich, muss ich sagen, werde ich dieses Spiel vermutlich nie wieder anfassen. Nein, das ist nicht ganz richtig gesagt, weil ich möchte gerne Moana damit überraschen. Es sei denn natürlich, sie hat jetzt die Folgen gesehen, dann ist es keine Überraschung mehr. Dann sage ich, hallo, schöne Grüße Moana. Du bist bald dran. Du bist bald fällig. Das wollte ich nur schon mal erwähnen. Wir müssen den Bär jagen. Genau, wir müssen den Bär. Ja genau, mit ihr machen wir nur noch Hardcore. Ja, genau. Oh Gott. Ich, 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 ich gehe mir jetzt irgendwo ein Loch buddeln. Damit ich ein bisschen von dieser Herz, von diesem Herzattackengefühl runterkomme. Und da wir eh nichts mehr zu tun haben. Und immer wieder Hardcore wäre ja doch schon ein bisschen langweilig, wenn wir das jetzt überall angucken. Würde ich sagen, dass das die letzte Folge war, aber wenn ihr Interesse daran habt, das ist aktuell, äh, ist es noch im Angebot? Ich weiß es gerade gar nicht. Das ist, glaube ich, 4 Euro, also 3,99 oder so. Das ist relativ günstig. Also auf Steam sehr günstig. Ich weiß nicht genau, bis wann es noch im Angebot ist. Heute ist der dritte, achte. Ich werde es kurzfristig auf jeden Fall hochladen. Aber vermutlich nicht diese Folge, sondern die erste Folge. Also könnte sich das zeitlich etwas verschieben. Aber ihr könnt trotzdem gerne schon mal nachschauen. Und wenn ich dran denke, mache ich auch einen Hinweis da drunter. Also normal kostet 20 Euro. Also das ist wirklich ein heftiges Angebot. Das ist 80 Prozent günstiger. Ach, das war das. Und endet am 7. August. Also es endet am 7. August. Also bis dahin ist es im Angebot. Ja, bis dahin wird dann wahrscheinlich auch die letzte Folge hochgeladen sein. Ja. Also wenn ihr schnell seid, haben wir noch nicht den, was hast du gesagt, 7. August. Ja. Und also wenn ihr Interesse dran habt. Ihr müsst natürlich nicht, ist klar. Ihr könnt euch auch immer wieder die Folgen von vorne ansehen und sehen, wie wir uns hier durchquälen. Wenn mit Feuereifer trotz, dass immer wieder der EP dazwischen läuft und einen die Sachen wegnimmt. Oder die Sachen nicht gibt. Also es ist schon wirklich stressig. Ich weiß auch nicht, ob man es alleine spielen kann. Wobei eigentlich, da müsstest du ja doch nur einmal was machen. Du hast ja nur ein Zelt. Also doch, du kannst auch alleine spielen. Aber ich fand es alleine fast noch stressiger, weil du musst ja zum Beispiel auf die andere Seite auch immer rüber. Also wenn du normal spielst und du hast keinen, der dir vielleicht schon Steine vorher gehackt hat. Also zu zweit ist es schon optimal eigentlich. Also ich denke mal, wenn du es zu viert machst, wird es wahrscheinlich richtig chaotisch. Weil natürlich alle, wir haben wahrscheinlich jeder nur eine Axt, jeder nur einen Beil, also eine, ja, zum Holz hacken. Und ja, das wird wahrscheinlich dann richtig chaotisch sein. Weil da musst du dich echt gut abstimmen, denke ich mal. Aber sonst bringt das nicht, weil jeder braucht ja zum Beispiel für jedes Zelt diese Materialien halt. Jetzt, wo du das gerade gesagt hast, wir haben wahrscheinlich nur jeder eine Axt, jeder eine Spitzsacke. Diese miesen Schweine von Entwicklern, die haben das absichtlich gemacht. Weil je mehr Leute nämlich rumlaufen, umso chaotischer wird das Ganze. Ja, ja. Ich meine, das war mir schon klar, dass das so ist. Aber irgendwie fällt mir das trotzdem zusätzlich gerade nochmal wie so ein Groschenhund. Also ich habe eben auch durch Zuwanderrezession gesehen, der hat das auch geschrieben. Also wenn du vier Vorplayer bist, also dann ist es richtig chaotisch, richtig chaotisch. Ja, wobei man es wahrscheinlich auch timen kann. Also der eine muss dann so einen Tunnelblick immer für die Steine haben. Der andere muss einen Tunnelblick fürs Holz haben. Der nächste hat einen Tunnelblick fürs Aufbauen. Also alle Sachen da hinbringen und so, sage ich jetzt mal. Eigentlich, zu dritt würde ich jetzt mal fast behaupten, wäre vielleicht sogar perfekt. Weil der eine kann Holz holen, der andere kann Steine holen. Das können wir ja dann ausprobieren, wenn, ja. Das kommt drauf an, ob Moana das hinkriegt. Aber sagt ihr das nicht? So. Nein, ich denke mal, wir werden das alles sehr gut tun. Ja, aber da müsstest du sie eigentlich jetzt drauf hinweisen, dass sie sich das jetzt noch besorgt, das Spiel. Weil im Moment ist es halt sehr günstig. Ich glaube aber, sie ist jetzt nicht da, weil sie hat, glaube ich, Nachtschicht diese Woche. Ich habe sie schon gefragt, weil sie hat ja das Problem mit dem Steam-Account. Beziehungsweise sie hat doch diesen Hackerangriff gehabt. Ach so. Also wenn ihr ihr folgen möchtet, sollten wir denn dazu kommen, diese Aufnahmen zu machen, wovon ich mal ausgehe, dann mache ich nochmal eine extra Verlinkung auf jeden Fall. Ich hoffe, ich denke dran, toi, 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 in der Beschreibung rein. Beziehungsweise poste das vielleicht als Hinweis nochmal an. Und gebe dann da nochmal auf jeden Fall die neue Adresse. Weil die, die jetzt aktuell verlinkt ist, ist nicht mehr aktuell, so wie ich das verstanden habe. Also da hat sie jetzt leider keinen Zugriff mehr drauf. Ja, das nur so als Hinweis. Aber ich werde das alles auf jeden Fall aktualisieren und entsprechend, wenn ich dran denke, auch nochmal einen Hinweis überall reinmachen. Und ja, die sehen jetzt gerade gleichzeitig fröhlich und müde so ein bisschen aus da unten in ihren Zelten. Also würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt in dieser ruhigen Runde. Mein Herz pumpt immer noch von der letzten Herausforderung. Herausforderung, aber egal. Ich schlafe schon. Ich bin ja schon im Zelt drin und schlafe schon. Du bist der Bär, der so geknurrt hat. Genau, ich war der Bär. Naja, so. Okay, ihr Lieben. Wir gehen ins Bett und euch wünsche ich noch einen schönen, ja, Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer ihr gerade diese Folge guckt. Bis zum nächsten Let's Play. Ciao. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren. Und dann darfst du mich auch gerne abonnieren. Und dann darfst du mich auch gerne abonnieren. Vielen Dank.